hey ho meine lieben freunde willkommen zurück wir sind jetzt in der sozusagen alternativen welt wie man es besser das licht ist so sinnlos alternativen welt wie man es bei silent hill sagen würde im krankenhaus die schöne musik ist leider weg schade das kommt manchmal glaube ich wenn ich zu lange warte oder so wenn ich switche ich habe keine ahnung schade geil komme ich denn hier weiter muss ich durchschlagen scheint nicht also dann hier lang pistole lieber nehmen geil die musik auch was ist die musik jetzt weg ok ist das sie die auf dem ding lag oh mein gott ich ahne ja schon was es war so klar was denn jetzt so jetzt geht es erst auf wie nimmt das manchmal nicht richtig vielleicht weil ich mich bewegt habe ja ok 10 mm ich habe keine ahnung für was diese kugeln sind übrigens gleich mal nachladen ich weiß nicht ob das mit den switchen zu tun hat dass die musik jetzt weg ist egal wieso musst du denn gerade da stehen oh gott das ziel macht es echt ätzend muss ich sagen na ja gut ist aber nicht so schlimm Weil man teilweise nicht weiß Wo das Wo der Fahnenkreuz ist Ich trau mich hier nicht so Durch die Türen durchzuplatzen Oh scheiße Dass diese gruselige Musik fehlt Kann man die irgendwie nochmal Vorrufen Oh scheiße Irgendwie nicht Oh nein Bitte keine unendlichen Gegner Das mit der unendlichen Munition Verstehe ich nicht ganz ehrlich Man hört immer noch irgendwie Dieses Stöhnen von dieser Ollen Kann man das kaputt schießen Weiß nicht Und da kommt da noch jemand Okay Wie sieht es übrigens aus Mit Hunger und so Fällt mir mal gerade so ein 10mm Pistolen 10mm Munition Ist immer noch alles in Ordnung Das dauert ja wirklich Jahrhunderte Bis es erst nötig ist Naja gut So ist hier irgendwas auf der Toilette Stabilisator Ja ich weiß nicht Das sind Sachen Die werde ich Wahrscheinlich nur bei Verfolgungsjagden benutzen müssen Kann man hier durchgucken Ich komme mich gar nicht durch Ah ok Ist klar Jetzt gehen wir mal nach oben Schade dass die Gruselige Musik fährt Ah Kann ich so richtig zählen Das ist viel zu hell Wow Kill you? Ich glaube nicht Ähm ja Ja Ich glaube auch Ich glaube noch Dass dieser Killer Hier auch noch kommen wird Ey scheiße Da muss ich ja wieder Da muss ich ja wieder Oh gut ok Da muss ich ja dann wieder Hm Lass mich in Ruhe Da muss ich ja dann wieder Schießen Wow Wann Hallo Kommst du näher Hängt eh fest Oder auch nicht Was Ja kann ich in meinem Inventar Nicht tragen Das ist aber Pistolen Munition Ach ne ist egal Pistolen Munition Munition ist es doch nur Kann ich es jetzt tragen Also dann habe ich Hier denn doch nicht Da stehe ich nicht hier immer Guck mal So ein Titel Gut das ist egal Nebenmission Achso das war ne Nebenmission Was ich da aufgesammelt habe Ähm Waffen Für eine Maschinenpistole Ah gut ist voll Okay So wie ich es mir dachte Na dann ist es ja egal Okay Hier muss ich wahrscheinlich rein Okay Also langsam habe ich es drauf Aber auch nur wenn ich genau ziele Also wenn ich genau richtig ziele So hier sind die bei Kisten An die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht Die ganze Zeit schon Ha Nicht schlecht Verdammt Okay Na ja viel Muni kriege Äh Muni war schon richtig Kriege ich dafür jetzt auch nicht Wenn man die Kisten zerstört Ich glaube ich sollte nochmal nachladen Nur sicherheitshalber Pistole macht sich auch noch ganz gut Hier ist noch was Na Mach Kaputt 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 habe ich gesagt Ach gut das hat mir gar nichts gebracht Ich habe noch genug Eisenstangen Von daher Okay Was habe ich doch da Gesehen Ich will nicht Schwarzer Kaffee Yes Ich habe schon Kaffee Ich war schneller als du mein Freund Der hat schon so viel Kaffee bei sich Ich hätte erst observieren sollen Scheiße Okay Der ist auch mutig oder Wie bei seinen Till Der muss mich beeilen Ich glaube Nimm mir ist auch einer Jetzt spawnd Genau Okay Okay Jetzt komme ich nicht unendlich Hier Was ist denn das wieder 10 Millimeter Okay Brauche ich nicht Jetzt haben wir die Magnetkarte Um weiter zu kommen Ich hoffe ich kann auch nochmal speichern Bevor Das hier zu so einem Endboss Oder sowas geht Jetzt kann ich hier auch weiter kommen Das brauche ich nicht observieren Die Geräusche Was? Falsche Taste Vorhin stellt euch mal vor Er bewegt sich jetzt normal hier durch Und diese ganzen Zombies Sind normale Menschen Das hatte man ja bei Zeilen Till Ja auch teilweise gedacht Weil Es gab da mal irgendwo So eine Bemerkung Von 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 irgendjemandem Ich weiß aber nicht mehr Aus welchen Zeilen Till Das war auf jeden Fall In den älteren Teilen Von jemandem Dass Der er doch auch Auf ganz normal Auf jeden Mensch Den er da sieht Abballert Na gut Weiß man nicht Wie es gemeint ist Stabilisator Ja gut Das ist jetzt nichts Was man wie gesagt Oft nutzen muss Da liegt noch was Einsatzmesser Geil Verbandskasten Ach Gottchen Lutscher Ich kriege hier so viele Items Und habe einen Speicherpunkt Und kann mich Neu ausrüsten Alles klar Ich speichere nochmal Das sieht ganz nach Ein Endkampfraum Jetzt danach aus Bin ich ja mal gespannt Oh Gott Das kostet eh nicht viel Speichern Was hat der Lutscher nicht genommen? Oder die Meere Wahrscheinlich Unendlich Oder was? Ja Was macht der Lutscher nochmal? Komm Wir gehen jetzt rein Können wir hier weiter? Okay Warum nicht? Hä? Mache ich jetzt mal einfach Ah ne gut Okay Die ist also damit verschlossen Hat er damit gemeint Aha Ich verstehe Die brechen wir aber mit Gewalt auf Okay Die Wege werden mir jetzt langsam immer Immer mehr Aber jetzt haben wir schon Einen Wachmann hier Okay Und wo war noch jemand Oh Gott Erzielen ist Echt schwer Okay Oh nein Hier erscheint es unendlich Nee doch nicht Okay Dachte hier kommen jetzt unendlich Viele Gegner Zum Glück nicht 10 mm Nee Verbandskasten Das ist gut Ich meine ich wurde selten bisher getroffen Einmal glaube ich wurde ich getroffen Ii Und Los komm schon Was wegwerfen? Tatsächlich Aber das mache ich nicht Pistole wieder nehmen Boah Lange Nein 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 Hier kommt definitiv der Axtypi noch Oder Ja sicher Hier zum Neck Ja das dachte ich mir Ich habe damit einfach schon gerechnet So ein Spielchen hier Ich habe jetzt gar nicht erwartet Dann muss ich noch einmal Wow Jetzt habe ich mich erschrocken Die Uhr Okay Freunde Ich würde sagen wir sehen uns Gleich in der nächsten Folge Wir würden noch die Bitch hier abschießen Okay Wir sehen uns Freunde In der nächsten Folge wieder Ciao 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 Samantha Bistel Bistel Vielen Dank.